Gutes Testspiel gegen eine enorm laufstarke, spielstarke und sicherlich auch kampfstarke Mannschaft. Erste Halbzeit relativ wenig Zugriff gehabt, obwohl wir es in der ersten halben Stunde glaube ich ausgeglichen gestalten konnten. Ja und dann machen wir zwei Fehler und liegen auch verdient dann hinten. Machen dann nochmal einen Anschlusstreffer. Es hört sich zur Pause vom Ergebnis her ganz gut an, obwohl es war schon verdient für ASC. Kommen dann überragend raus, führen 3-1. Eigentlich alles irgendwo entschieden und dann freut es mich natürlich, dass wir dann aus drei Standardsituationen, also das Tor glaube ich zum 5-3 war eine Standard, das Anschlusstor zum 2-3 war eine Standard und ich glaube zum 4-3 war auch eine Standard. Können wir uns natürlich freuen, dass die funktionieren. Trotzdem sehr, sehr viel Gestotter noch in unserem Spiel, was aber glaube ich auch ganz normal ist. Wir sind drei Trainingseinheiten erst zusammen. Trotzdem natürlich für die Jungs ein schönes Erlebnis, dass sie es zum Schluss noch gedreht haben. Aber Ergebnisse sind ja jetzt in der Vorbereitung auch nicht alles, sondern müssen wir auf ein paar andere Sachen noch hinarbeiten. Kriegen wir aber hin und von daher können wir glaube ich beide Trainer mit so einem Test zufrieden sein, weil aus so Tests nimmt man ja doch auch eine Menge mit. Ja erstmal war es ein ganz ganz erkenntnisreicher Test. Haltern hat uns aufgezeigt, woran wir noch arbeiten mussten oder müssen und auch werden. Das ist von daher richtig gut gewesen und ich denke, dass wir eine sehr ordentliche erste Halbzeit gespielt haben. Insgesamt eine sehr ordentliche erste Stunde gespielt haben, sind 2-0 in Führung gegangen und haben dann leider Gottes den Anschlusstreffer kassiert. Dadurch baut man Gegner natürlich auch nochmal auf. Wir machen dann allerdings das 3-1 ganz kurz nach dem Wiederbeginn und wenn du es dann geschafft hast, zweimal gegen eine richtig gute Mannschaft jeweils mit zwei Toren Unterschied zu führen, dann muss man einfach cleverer spielen, dann muss man das auch runterspielen. Einfach auch mal Situationen beruhigen, auch anders lösen und das haben wir einfach nicht gemacht. Wir haben durch drei Standardsituationen insgesamt, die wir ganz ganz schlecht verteidigt haben, grottenschlecht verteidigt haben, das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Wenn ich speziell an das zweite Tor denke von Haltern, wo ein 40-Meter-Flugball in den Fünfer bei uns reinfliegt und wir es einfach nicht schaffen, Kopfball zu verteidigen, nur Begleitschutz geben, überhaupt keinen Kontakt in der Box haben, auch den Fünfer nicht beherrschen, dann ist das bitter. Das war so ein bisschen der Startschuss für Haltern, die es, wie gesagt, läuferisch sehr gut gemacht haben, die spielerisch sehr präsent gewesen sind, die haben offensiv meiner Meinung nach richtig erfrischenden Fußball gespielt und ja, es ist, wie gesagt, man sagt zwar in der Vorbereitung, dass Ergebnisse zweitrangig sind, für mich ist das nicht zweitrangig. Ich möchte kein Spiel haben, wo ich fünf Gegentore kassiere. Wir versuchen grundsätzlich zu null zu spielen und wenn man dann in einem Testspiel fünf Gegentore kassiert, dann weiß man, dass man an ganz vielen Schrauben noch zu drehen hat. Musik